Abdelrahman, wann willst du heiraten? Ich heirate vier Frauen ab 15 oder 16. Ab 15 oder 16 erste Frau ist tajikische, ab 25 oder 26 Marokko, also auf Arabisch Maribi, und dann ab 45 oder 46 Deutsche und dann ab 45 oder 46 Türken. Warum willst du so schnell heiraten? Weil ich will mich schützen von Arabischen Sachen und ich will schnell den Vater zusammen und ich will schnell Kinder heiraten. Oh, Mashallah.